Servus, ich bin Robert, ich bin Produktverantwortlich für Stöcke bei der Marke Dynafit und ich erkläre euch heute den neuen Stock Speedfit Vario. Der Speedfit Vario ist ein 100% Aluminiumstock, Zweiteiler, Oberteil in Aluminium, Unterteil in Aluminium, mit einem Außenklemmsystem, auch hochwertig in Aluminium, verstellbar von 1,05 bis 1,45, Gewicht 220 Gramm. Oben ist ausgestattet mit einem Schaumstoffgriff in zwei Varianten, entweder so oder noch eins weiter unten, außerdem einen 2K Kopf, oben mit einer Aussparung, perfekt fürs Handling von unserer Bindung, entweder zum vorne fixieren von unserem Vorderbacken oder für hinten, für die Steighilfe, um die Steighilfe zu bedienen. Außerdem ist er ergonomisch geformter Griff und perfekt auch oben zu greifen. Unterseite, Teller, großer Powderbasket, perfekt für jegliche Schneeverhältnisse, auch zum Austausch. Des Weiteren kann man dieses Verstellsystem von Dynafit einfach nachziehen, falls die Haltekraft nicht ausreicht. Man nimmt einfach ein 5-Cent-Stück, auf der Rückseite ist hier eine Schraube und zieht die Schraube einfach nach. Der Stock ist 19,20 erhältlich. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017